Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Michael, auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel heute gewesen, sehr umkämpft, emotional aufgeladen, war irgendwie alles drin. Ja, was sagst du jetzt so kurz nach dem Spiel? Ja, ich glaube, emotional aufgeladen trifft schon extrem. Es war sehr hektisch, aber halt auch dem Tabellenstand natürlich geschuldet. Wenn wir heute das Spiel gewinnen, dann sind wir nochmal extrem dran. Es waren sieben Punkte, ein Spiel weniger, wenn wir das gewonnen hätten, wären es vier. So war natürlich die Tabellensituation mit dem Sieg, wir haben auf den Punkt dran gewesen. Und dementsprechend, glaube ich, war das auch Huchenfeld bewusst. Wenn sie heute hier verlieren, dann wird es nochmal ganz, ganz eng, auch mit uns. Und dementsprechend war die Stimmung halt sehr, sehr gereizt, sehr hitzig und viele Nicklichkeiten auch auf dem Feld. Und ja, das macht natürlich auch so ein Topspiel aus. Für die Spieler ist es schöner, wenn man so ein Spiel hat, als wenn man gegen jemanden von hinten spielt. Und als Trainer sowieso. Natürlich ist es dann auch zwischendurch mal so, dass man sehr, sehr, sehr schnell aus sich heraus geht. Auch was jetzt bei mir zwei, dreimal war mit den Zuschauern, das tut mir leid. Aber insgesamt ist es so, dass das Spiel, glaube ich, mit dem 3-3, ja, das gerechte Ergebnis im Endeffekt gefunden hat. Wir haben recht schlecht begonnen, liegen dann 2-0 hinten. Meiner Meinung nach war das 1-0. Ich war zwei Meter daneben gestanden, war nicht hinter der Linie. Dann mache ich einen Fehler zum 2-0 und ja, dann laufen wir erstmal wieder am 2-0 bei fast oder bei gefühlten 30 Grad hinterher. Und machen dann wirklich noch ein schönes 2-1, auch ein ganz, ganz wichtiges Tor vor der Pause. So, dass wir uns in der Pause nochmal in der Kabine sammeln konnten, nochmal appellieren vor allem. Und dann auch, ja, natürlich die zweite Halbzeit mit vielen strittigen Situationen, auch in der Schiedsrichterentscheidung, ja, noch zwei Tore. Ich glaube, wenn wir heute das Spiel verloren hätten, wäre es auch nicht ganz gerecht gewesen. Wenn wir es gewonnen hätten, wäre es auch aufgrund von der ersten Halbzeit nicht gerecht gewesen. So ist, ja, ein verdientes und gerechtes 3-3. Konntet ihr die Leistung auf den Platz bringen, die ihr euch vorgenommen habt? In der ersten Halbzeit, hast du ja schon angesprochen, hat es nicht ganz geklappt? Also in der ersten Halbzeit auf gar keinen Fall. Wir haben, ja, die Einstellung hat vorm Spiel gestimmt, aber unser, wir hatten ein schlechtes Passspiel. Wir hatten die Räume, wir waren viel zu groß, wir hatten keine Abstimmung, keine Mann-Übergabe, Übernahme. Da hat relativ viel gefehlt und dementsprechend, ja, waren wir mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden, überhaupt gar nicht. Die zweite dafür umso mehr und in der Summe war die Leistung okay, aber um ein Topspiel zu gewinnen, war es natürlich einen Tick zu wenig aufgrund von der ersten Halbzeit. Du hast die Schiedsrichterentscheidung angesprochen. Möchtest du da ein Statement dazu geben, zu der einen oder anderen Situation, die ja vielleicht in den meisten Fällen eher zu euren Gunsten ausgefallen ist? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Das 1-0 kriegen wir das 1-0, der Ball ist vor der Linie, ist gegen unsere Gunsten. Dann kriegt der Daniel Reule, der jetzt gerade hierherläuft, eine gelbe Karte, die, wo ich nicht so sehe. Der Platz verweist zwei Minuten später, ist dann korrekt, weil er Hand spielt, aber dementsprechend sind ja schon mal zwei Schiedsrichterentscheidungen, die nicht zu unseren Gunsten gepfiffen wurden. Dann natürlich der Elfmeter, ich meine, ich habe danach mit den Huchenfeldern gesprochen, der Elfmeter war einer. Und dann ist der indirekte Freistoß in der 90. Minute, aber wenn ein Schiedsrichter sagt, er zählt runter von 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wartet dann nochmal zwei Sekunden. Und er macht immer noch nicht den Abschlag und hat den Ball in der Hand, dann ist es jetzt keine grobe Fehlentscheidung. Ich glaube, die Schiedsrichterentscheidungen insgesamt waren ein bisschen, ja, waren fragwürdig auf beiden Seiten. Aber ich glaube, insgesamt nicht unbedingt zu unseren Gunsten. Ich denke, das war, wie vorhin schon gesagt, sowohl von diesen Entscheidungen als auch vom Spielverlauf insgesamt. Huchenfeld, die erste Halbzeit klar besser, wird die zweite Halbzeit klar besser. Sehr gerecht und eigentlich auch, ist eigentlich auch schade, wenn man, man kennt sich halt so gut mit den meisten Spielern, mit den Trainern von Huchenfeld, dass es dann so hitzig wird. Aber das ist halt natürlich das stimmungsgeladene Spiel, geht um viel. Und jetzt gehen wir erstmal ins Klubhaus und trinken zusammen Bier und vertragen uns wieder. Gut, jetzt habt ihr zumindest was Zählbares rausgeholt gegen einen Konkurrenten im Kampf um den Anschluss an die Spitze. Wie geht es jetzt weiter und was sagst du zum nächsten Spiel, das ihr am Mittwoch schon habt, wieder hier daheim? Ja, am Mittwoch haben wir Weiler hier. Es ist ein ganz schwieriges Spiel, weil wir das Hinspiel dort überragend gespielt haben. Und dort überragend haben wir aber auch schon gemerkt, dass der Gegner gut ist, haben das Spiel aber auswärts deutlich gewonnen. Aber jetzt haben wir am Mittwoch wieder Probleme mit den Spielern. Bei uns arbeiten zwei, Daniel Reule, gerade vom Platz geflogen, ist am Mittwoch auch nicht dabei. Und dann wird es natürlich schon sehr, sehr eng von der Personaldecke. Wir haben einen Kader von 17 Spielern, davon sind zwei verletzt. Dementsprechend sind wir bei 15, zwei sind ja da und dann mit einer gelben Rundenkarte ist es natürlich nicht so einfach. Aber ja, wir spielen zu Hause, wollen natürlich das Spiel gewinnen. Ich denke, dass wir da auch ein ähnliches Spiel wie heute in der Zweieinhalbzeit abliefern. Und dann ist es natürlich das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Und dann fahren wir am Samstag nach Öschelbronn, das nächste Spitzenspiel. Also es sind jetzt nur noch Entscheidungsspiele. Wenn wir jetzt ein Spiel verlieren, dann war es es mal vom Anschluss nach oben. Wenn wir es natürlich gewinnen können, dann bleiben wir so lange wie möglich dran. Aber jetzt gucken wir mal, was am Mittwoch bei rumkommt und hoffen natürlich, dass wir das Spiel gewinnen werden. Michael, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank, ebenso. Vielen Dank.